Innovatives Projekt. Führende Experten. Künstliche Intelligenz. O-Ton Walter Werzova. Es ist zum ersten Mal, dass AI im Stil von einem Meister komponieren kann. Es ist nicht das erste Mal, dass das behauptet wird und auch nicht das erste Mal, dass Blödsinn dabei herauskommt. Liebe Telekom, ich habe bereits in einem anderen Video, das die Unmöglichkeit von künstlerischer Kreativität grundsätzlich verneint, die Vorfreude auf diese Sinfonie zum Ausdruck gebracht. Tatsächlich, meine Erwartungen wurden erfüllt. Telekoms zehnte Beethoven ist ein ebensolcher Schwachsinn wie Huawei´s vollendete, unvollendete Schuberts, mit der ich mich auch schon beschäftigt hatte. Der Vorgang ist auch genauso fragwürdig. Die Bild wurde informiert. Wir haben der KI die Musik von Beethoven und auch von Zeitgenossen gegeben, und so lernte sie, im Stil der Zeit und spezifisch so wie Beethoven Melodien zu konstruieren, erklärt Röder im Gespräch mit Bild. In einem zweiten Schritt nutzte das Team die KI dann, um Beethovens Skizzen fortzuführen. Über Nacht berechnete die Software, wie die vorhandenen Melodien weitergehen könnten und lieferte 200 oder 300 verschiedene Varianten. Das Team der Experten schaute dann diese Vielfalt der Möglichkeiten durch und entschied sich die eine oder die andere Stelle in das Werk Ganze zu überführen, so Röder, der Projektleiter. Und das Team entschied sich also für solche Varianten. ... oder ... ... Entweder war das Team nicht in der Lage, aus den Segmenten den echten, genialen Beethoven rauszufiltern, oder 200 bis 300 Varianten reichten nicht als Auswahl. Bestenfalls kommt es gelegentlich zu, nein, nicht gerade zu einer Beethoven-Stilkopie, sondern eher zu einer zwölfjähriger, komponierender Beethoven-Fan-Stilkopie. Und eben zu solchen Albernheiten, die auch einem zwölfjährigen Beethoven nicht untergekommen wären. Und wie kam man auf das lächerliche Orgelgedudel? In der KI-Sinfonie spielt auch die elektrische Orgel eine große Rolle. Zu Lebzeiten von Beethoven gab es das Instrument jedoch gar nicht. Für das Team spiegelt es jedoch die charakterliche Veränderung des Komponisten wider. Zur Uraufführung könnt Ihr Star-Organist Cameron Carpenter an den Tasten bestaunen. Cameron Carpenter kann gerade gut mit dem Beethoven-Orchester Bonn und war damit auch im Boot. 30 Jahre früher und Beethoven hätte sich für eine Solo-Violine entschieden, damit Nigel Kennedy mitspielen kann. Leider können wir uns nicht die aussortierten Segmente anhören, von denen wir wohl vermuten müssen, dass sie noch unbrauchbarer waren. Aber das musikalische Ergebnis ist sowieso vollkommen unerheblich. Was soll hier interessieren, ob es einem Vertor war, einer KI oder sonst wem gelingt, Tonsatzstudien im Beethoven-Stil zu verfertigen. Der entsprechenden PA-Abteilung kann es am Ende auch egal sein, was Musikkritiker dazu sagen. Sie können sich – und das scheint das eigentliche Ziel der Kampagne zu sein – auf die Bild verlassen. Wenn solche Fake News in der Welt sind, wen interessiert dann noch, wie diese Sinfonie wirklich klingt? Aber wenn die Reputation der beteiligten Experten ein bisschen Schaden nehme, würde ich mich auch ein bisschen freuen. unter letzter quarterback zu sehen. Und dann genesen oder solche야. Vielen Dank.